Hallo, wir sind von der Schweiz, von Zürich. Wir sind hier in Italien, in Salerno, an einer italienischen Sprache. Unsere Lehrer und Mitschüler machen da hinten gerade den Affen. Es macht mega Spass, die Schule ist leer. Wir sind am Meer und es ist zunehmend. Es ist mega geil und können alle lernen. Ja, ich finde auch. Ich kann nicht mehr sagen, denn sie hat eigentlich schon alles gesagt. Die Lehrer sind wirklich mega Spass. Also von dem her macht es wirklich auch Spaß. Es ist so Ferien-Schule, nicht wirklich so eine Schule, wie man es in der Schweiz kennt zum Beispiel. Also von dem her können wir in die Ferien und in die Schule.